Moin, ich habe mal eben ein Hirngedeck gebaut. Das Wichtigste, was du brauchst. Bier, Epi, Flachmann, Feuerzeug. Mehr braucht man nicht. Prost! Ja, und der soll als Stirnseute da vorne vor. Dann mache ich den aber nicht für sechs, vier Flaschen, sondern nur für fünf und dann kommt hier noch ein kleiner Flachmann rein. Ein Hirngedeck. Vielen Dank. 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 Flachmann oder ein E-Pi für unterwegs. Ja, du findest auch gut, ne? Mein Hirngedeck.